Die Nummer 1 Falle, in die die meisten Leute tappen, ist, dass sie auf einmal die ganze Zeit auf Instagram rumhängen, auf WhatsApp sind, auf YouTube unterwegs sind oder mit ihren Freunden FaceTime und telefonieren. Das ist keine Zeit alleine mit dir verbringen. Herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Nick Geringer und ich hätte niemals gedacht, dass ich mal so ein Video machen werde. Denn ich bin tatsächlich jemand, der extreme Probleme damit hatte und jetzt tatsächlich für sich den Way to go gefunden hat. Worum geht es? Es geht darum, wie du es schaffst, alleine besser klar zu kommen. Wie du es schaffst, mehr Zeit mit dir alleine zu genießen, daran Spaß zu haben und viel mehr zu wachsen. Bleib unbedingt bis zum Ende dieses Videos dran, denn ich werde dir als jemand, der es gehasst hat, alleine zu sein, der wirklich keine freie Minute alleine verbringen wollte, sondern immer Trubel und Umfeld da haben wollte, wie ich es geschafft habe, da rauszukommen und dadurch sogar ein viel glücklicheres, besseres und erfüllteres Leben zu führen, dadurch, dass ich mehr Zeit mit mir alleine verbringe. Das erfährst du hier. Der erste und wichtigste Punkt ist, sorge für dein Wohlbefinden. Das heißt also, wenn du jemand bist, der ungern eine Zeit alleine verbringt mit sich beispielsweise und du planst das, zum Beispiel, dass du jetzt ein Wochenende alleine verbringst oder mal zwei, drei Tage alleine verbringst, dann sorg von Anfang an für dein Wohlbefinden. Wenn du dich in deiner Wohnung beispielsweise nicht wohl fühlst, dann frag dich doch, was könntest du tun, damit du dich wohlfühlst? Was kannst du einkaufen? Worauf hast du Lust? Was möchtest du gerne essen? Was möchtest du vielleicht gucken? Möchtest du irgendein Playstation-Spiel beispielsweise spielen? Möchtest du dich irgendwie weiterbilden? Was brauchst du konkret, damit du dich wohlfühlst in deinen vier Wänden, um das durchzuziehen? Wenn das nicht der Fall ist, dann vielleicht, okay, möchtest du dafür wegfahren? Du kannst dazu in ein Hotel gehen in deiner eigenen Stadt oder eine Stadt weiter. Du kannst dazu auch in eine andere Stadt gehen, sogar wegfliegen, um die Zeit alleine zu verbringen. Sorg für eine Wohlfühlatmosphäre. Zusammengefasst, bereite dich gut darauf vor und sieh es einfach als Fähigen. Sieh es als in den Urlaub mal ein, zwei Tage mit dir alleine zu sein und dementsprechend bereite dich gut vor, dass du alles da hast, damit es auch eine geile Zeit wird, die du mit dir selber verbringst. Der zweite Punkt ist der, achte auf deinen Medienkonsum. Damit meine ich, verbring nicht die meiste Zeit danach auf deinem Handy, verbring nicht die Zeit damit, mit anderen Leuten zu telefonieren oder sonst was. Die Nummer eins Falle, in die die meisten Leute tappen, ist, dass sie auf einmal die ganze Zeit auf Instagram rumhängen, auf WhatsApp sind, auf YouTube unterwegs sind oder mit ihren Freunden FaceTime und telefonieren. Das ist keine Zeit alleine mit dir verbringen. Schalte dein Handy aus, deaktiviere die Apps oder sonst was für diese Zeit oder leg dein Handy einfach weg, dass du wirklich die Möglichkeit hast, mal runterzukommen, dass du die Möglichkeit hast, runterzufahren, damit deine Gedanken sich einfach mal setzen und du nicht ständigen neuen Input hast, den du verarbeitest, der dich von dem Eigentlichen ablenkt und zwar dem, wer du bist, was du sein möchtest und was in dir vorgeht. Denn der Grund, warum du Zeit mit dir alleine verbringen solltest, ist, um dich neu zu kalibrieren, ist, um mal runterzufahren, zu entspannen und dir einfach mal Gedanken zu machen, wer bist du, was willst du, was machst du gerade, bist du auf dem richtigen Weg, einfach mal für dich zu reflektieren, dir ein paar wichtige Fragen zu stellen und einfach mal in dich hineinzufühlen. Und auch vor allem mal, nicht mehr immer drinnen zu sein, sondern mal raus zu zoomen und mal aus der dritten Vogelperspektive auf dein Leben, auf dein Geschäft, auf die Menschen, die in deinem Umfeld sind, drauf zu gucken. Und genau deshalb ist der zweite Punkt, scheiß auf Medienkonsum. Das heißt also, geh nicht auf Instagram, YouTube oder Sonstiges, was dich davon ablenkt, deine eigentliche Aufgabe zu erfüllen. Ja, du kannst YouTube-Videos gucken, ja, du kannst Bücher lesen, du kannst auch Filme auf Netflix anschauen, definitiv. Du solltest aber nicht deine Zeit damit verbringen, dich einfach nur abzulenken, sondern du solltest wirklich auch den Grund kennen, warum du Zeit mit dir alleine verbringen solltest, und zwar dem, dich neu zu kalibrieren, runterzufahren und einen Fact-Check zu machen, wo bist du gerade und das mal zu reflektieren. Und sobald du das gemacht hast, kannst du danach ganz entspannt ferngucken, YouTube-Videos schauen oder sonst was. Im besten Fall, wenn du es richtig durchziehst, hast du halt gar keinen Kontakt zu irgendjemandem. Das heißt, du rufst niemanden an und du schreibst auch mit niemandem. Hast dein Handy einfach mal aus, um wirklich mal komplett frei zu sein von äußeren Einflüssen. An der Stelle wünsche ich dir ganz viel Spaß jetzt, dich selber besser kennenzulernen und zu reflektieren. Mach es mindestens einmal im Monat und du wirst sehen, du wirst große Durchbrüche dadurch erzielen und viel mehr Erleichterung verspüren. Wenn dir das Video gefallen hat, lass dem ganzen Daumen nach oben da. Wenn du noch weitere coole Ideen und Tipps zum Thema Alleinsein hast und vor allem die coolsten Dinge, die dir alleine passiert sind, teile sie doch unten in den Kommentaren. Teil dieses Video mit jemandem, der genauso wie ich gar keinen Bock hatte, irgendwie alleine Zeit zu verbringen, damit er versteht und lernt, warum das sinnvoll ist. Und abonnier diesen Kanal und aktivier die Glocke, damit wir uns beim nächsten Video sehen. Ich freue mich nämlich darauf, dich dort zu sehen. Das war es von mir, dein Nick. Bis dann. Ciao. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020